Artikel 9. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. Nach dem deutschen Ausländerrecht können Menschen, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, allein zum Zwecke der Abschiebung bis zu 18 Monaten in Haft gehalten werden. Deutsche Amtsrichter prüfen die Anträge der Ausländerbehörden oftmals nicht ausreichend. Verlängerungsanträge werden schnell in drei Minuten abgezeichnet und die Abschieberhaft wird zum Instrument der Beugehaft missbraucht. Dies kann es in einem Rechtsstaat nicht geben, widerspricht dem Geist der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.